Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir den neuen Gegenstandshop anschauen. Ich hab das Ganze um, ich glaub, 4-5 Sekunden oder so verpasst. Aber nicht schlimm, Freunde. Ich war grad am Schneiden von dem neuen Vlog. Den solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Wird heute Abend online kommen, höchstwahrscheinlich. Richtig cool geworden. Also, ich würd an eurer Stelle mal reinschauen. Ist mal was anderes, aber es hat übel Spaß gemacht. So, soviel auf jeden Fall dazu. Schnuppern wir mal direkt in den Shop rein, Freunde. Uh, wagt, gute alte Wagemut-Charakter-Star. Fangen wir auf der rechten Seite an, Freunde. Echt intensiv als Emote. Wisst ihr, was ich für mich frage? Warum steht oben 7 von 11? What the fuck? Was ist das für ein Bug? Naja, dann haben wir den krassen Spalter hier. Finde ich jetzt nicht so gut. Klar, es sieht vielleicht schön aus, aber es gibt ja die Variante bereits schon. Dann haben wir nochmal Wirbelwind. Ist okay. Muss jetzt nicht, meiner Meinung nach. By the way, Freunde, der neue Skin war auch nicht in den Ingame-Files zu sehen. Der war verschlüsselt. Wurde jetzt halt dann dementsprechend entschlüsselt. Rote Verteidigerung finde ich gut. Gut, 800 V-Bucks. Kann man auch zwei Stile auswählen. Kontrast, auch eine ganz angenehme Lackierung. Auf der Pump sieht das halt übelst cool aus, meiner Meinung nach. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und dann haben wir nochmal den Russentanz hier. 800 V-Bucks, Freunde. Geht auch in Ordnung. Dann haben wir heute den Maulkor-Skin erhalten. Ganz schick eigentlich so vom Aussehen her. Wir haben auch den bösen Blick. 1200 V-Bucks, da finde ich halt geil, dass da so eine Flamme rauskommt. Aber vom Aussehen her ist jetzt nicht so krass. Da haben wir nochmal hier die Sakria erhalten mit diesen Engelsflügen und der Engelskrone. Ich weiß nicht, wie man das der Ganze nennt. Sieht aber auf jeden Fall cool aus. Himmlisch Tarnung gefällt mir auch. Dieses Weiß mit diesem leichten Leuchten ist übelst cool. Wildtugend, auch eine richtig geile Spitzhacke. Vom Aussehen und vom Sound her. Den Skin finde ich jetzt nicht so wild. Heute haben wir einen neuen Skin erhalten. Bruder, ähm. Leute, ich will nicht pushen, aber was ist das bitte für ein Skin? Also, ich weiß ja, nee. Also, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Das ist nicht schön. Okay? Denn ich, nee, Freunde, nee. Den werde ich mir nicht kaufen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich könnte jetzt V-Bucks aufladen, aber den werde ich mir nicht holen. Irgendwie. Nee, sie trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Ich finde den absolut hässlich. Keine Ahnung, gefällt mir nicht. Schade auf jeden Fall. Hätte ich ein bisschen mehr erhofft hier im Shop. Aber, Freunde, ihr wisst, ihr könnt auch gerne den Support-O-Creator-Code von mir eintragen. Wäre eine coole Sache. F-A-P-Z-U-S-T-Y-T. Mehr gibt es auch nicht zu sagen. Schreibt eure Meinung direkt unten in die Kommentare, wie ihr den Shop findet. Ich würde mich jetzt hier verabschieden. Schaut auf jeden Fall morgen in den Vlog rein. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Mal.